Laut einer Statistik, wenn du 10 Euro in deiner Tasche hast, wenn du in deinem Geldbeutel jetzt 10 Euro hast, dann bist du reicher als 80% der Weltbevölkerung. Die Frage ist nur, kannst du das auch annehmen? Fühlst du dich auch so? Hallo Ludwig und Mensch da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei meinem Podcast. Vielleicht bist du schon ein bisschen länger dabei, vielleicht schalzt du auch heute das erste Mal ein. Hier geht es um alles, was mit emotionaler Freiheit und beruflicher Klarheit zu tun hat. Das sind so meine Kernthemen und ja, schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Empfangen. Und das ist ein Aspekt, den sich die meisten Leute überhaupt gar nicht bewusst sind und der aber unglaublich wichtig ist. um ein wirklich nachhaltig erfüllendes Leben zu führen. So, Empfang. Reden wir mal darüber ein bisschen. In unserer Gesellschaft sind wir uns sehr auf das Nehmen bedacht. Ja? In eigentlich allen Aspekten. Wenn du etwas willst, dann nimmst du es dir. Wenn du etwas brauchst, dann musst du es dir holen, dann musst du es dir nehmen. Wenn du auch hier im Bereich der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Ja klar, wenn du dir dein Traumleben erschaffen möchtest, was machst du dann? Du manifestierst es dir. Du holst dir dann, holst dir vielleicht einen Coach noch im besten Fall oder einen Mentor. Der bricht das für dich dann in ein schönes Mentoring zusammen quasi oder in einen schönen Fünf-Schritte-Plan, was du jetzt da genau machen musst. Und dann Step 1 Klarheit. So arbeite ich ja auch unter anderem ja auch. Step 1 Klarheit, dann machst du deine Vision, dann machst du die einzelnen Action-Steps und zwischendurch, wenn dann noch ein paar Blockaden aufkommen, dann lösen wir die auf. Und du kannst damit auch wirklich sehr viel erreichen. Und du hast wirklich auch dann sehr viel bekommen und auch sehr viele Leute machen das auch sehr erfolgreich. Und trotzdem fehlt da eins, und zwar die Bereitschaft, das auch wirklich zum Empfangen. In Englisch klingt das alles viel ein bisschen schöner oder ein bisschen griffiger. Heißt es, gibt es die Taker, die Leute, die sich das nehmen, und noch die Leute, die Receiver. Und die Taker, ja, es gibt Leute, die sind da schon sehr erfolgreich, sind aber vielleicht schlechte Receiver. Ja, unter anderem hier ein bekannter amerikanischer Präsident, der ist so ein ganz klassischer Taker, der da vor ein paar Jahren noch an der Macht war. Der hat alles erreicht, der geht da ohne Rücksicht los, ohne Rücksicht auf Verluste los, bekommt auch alles. Ja, also das ist eben auch ein quasi Gesetz vom Universum. Es ist nicht, dass diese Person schlecht ist. Die hat da einfach nur die Spielregeln oder ein paar Spielregeln, sagen wir mal so, verstanden und nutzt die jetzt eben. Und hier eine Spielregel hier auf dieser Welt ist, wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben. Ja, das ist einfach das Gesetz der Multiplikation. Habe ich mir nicht ausgedacht, das ist einfach so. Und dieser Mensch, der weiß das, der nutzt das aus für seine Gunsten. Also denkt das auf jeden Fall für seine Gunsten. Nur scheint das nicht so ganz aufzugehen, weil er braucht dann immer mehr und mehr und mehr und mehr. Oder zum Beispiel Jeff Bezos, der ist auch ein ganz klassischer Taker. Der nimmt, nimmt, bekommt auch alles, hat sich durchgesetzt, muss jetzt zum Mond fliegen, um sich irgendwie noch selbst etwas zu gönnen. Aber diese Menschen, die sind sehr schlechte Empfänger, Receiver. Warum? Warum weiß ich das? Weil ansonsten würden die sich nicht so verhalten, wie sie sich eben verhalten. Sonst hätten sie nicht dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis, noch mehr und mehr und mehr und mehr zu haben. So, reden wir mal ein bisschen etwas über das Empfangen. Was heißt das? Ich behaupte, und da kannst du jetzt mal in dich selbst auch hineingehen, dass die besten Sachen in unserem Leben, die besten Sachen, die dir passiert sind, dafür hast du nichts getan. Dafür musstest du nicht kämpfen, dafür musstest du nicht arbeiten. Da musstest du sehr wenig bis gar nichts tun. Die hast du vom Leben einfach so geschenkt bekommen. Und es ist jetzt deine Sache, das auch wirklich eben anzunehmen. Das ist einfach nur eine ganz einfache Einstellungssache. Entweder glaubst du, vom Leben bekommst du nichts geschenkt, oder das Leben ist das größte Geschenk. Denk einfach mal an die paar schönen Momente, die du in deinem Leben gehabt hast. Was kommt dir da als erstes in den Sinn? Denk da einfach mal. Das waren wahrscheinlich schöne Momente mit deiner Familie, mit vielleicht einem besonderen Menschen. Bei mir war es, als ich irgendwo hingereist bin und da ganz große Freiheiten erfahren habe. Oder auch wunderschöne Momente mit meinen Freunden. Und das sind alles Sachen, die kannst du dir nicht nehmen, darauf kannst du auch nicht hinarbeiten. Die kamen einfach so zu dir, die haben sich einfach so ergeben. Vielleicht auch in einem Moment, wo du es niemals für möglich gehalten hättest, wo du es auch nicht gedacht hast. Also du kannst nicht planen, ja heute erlebe ich einen wunderschönen Moment oder einen dieser Momente, der mir für immer im Gedächtnis bleibt. Das geht nicht. Diese Momente, die hast du einfach empfangen, ohne dass du dafür etwas getan hast. Und dann, das habe ich jetzt schon gesagt, das Ultimative, was du empfangen hast hier in diesem Leben, ist das Leben selbst. Und täglich empfangen wir hier so viele Sachen, so viele schöne Dinge. Die Sache ist nur, können wir das annehmen? Das ist wiederum eine andere Sache. So, laut einer Statistik, wenn du 10 Euro in deiner Tasche hast, wenn du in deinem Geldbeutel jetzt 10 Euro hast, dann bist du reicher als 80 Prozent der Weltbevölkerung. Dann bist du reicher als 80 Prozent der Weltervölkerung. Die Frage ist nur, kannst du das auch annehmen? Fühlst du dich auch so, wirklich? Und sich wirklich so fühlen, das tun die wenigsten. Und du kannst zwar von außen wirklich dann viel erreichen, auch dann viel bekommen, aber wenn du es dann nicht annehmen kannst, ja, dann bringt das dir alles eben wenig. Und wie ich schon gesagt habe, die Kunst vom wirklichen Annehmen, vom wirklichen Empfang, das ist eine passive Kunst. Man kann auch sagen, eine weibliche Kunst. Und man sieht das dann auch in der Natur, wenn wir uns dann einfach mal das größte Wunder hier überhaupt anschauen, dass wir als Menschen, oder du, der du es auch gerade hörst, musst du einfach nur mal ein bisschen nachdenken, du wirklich in der Lage bist, dich selbst zu multiplizieren, dich selbst zu verdoppeln. Und schau doch einfach mal, was da eigentlich dann von diesen zwei Menschen, die entscheiden, ein Kind zu haben, sich selbst zu multiplizieren, zu verdoppeln. Schau doch mal in dem Verhältnis, was dazu eigentlich aktiv nötig ist und das, was dann ganz von alleine passiert. Was für ein großes Wunder da passiert und wie wenig dafür nötig ist. Das haben schon Leute hinbekommen, wo, ich sag jetzt mal ganz diplomatisch, wo man vielleicht denkt, ja, hätten die, wäre das vielleicht ein bisschen komplizierter gewesen. Aber nein, das ist einfach, dieser Akt ist einfach unglaublich einfach dafür, im Verhältnis, was man da wirklich dann bekommt, was dann da eigentlich dann geschieht. Und das, davon bin ich überzeugt, so funktioniert das Leben. So funktioniert das Leben. Wir brauchen hier nur aktiv sehr, sehr, sehr wenig tun und bekommen dafür unglaublich viel geschenkt. Das Problem ist, wir sind uns dessen eben nicht bewusst. Und wir haben uns eingeredet, nein, wir müssen viel, viel tun, wir müssen viel, viel machen, um dann irgendwann mal etwas zu bekommen, um dann irgendwann mal etwas zu haben. Und in der Tat, wir können auch sehr viel machen und auch sehr viel bekommen. Aber wenn wir es nicht annehmen können, dann würde ich das nicht erfüllen. Und dann ist dann das einzige Muster, was du dann bedienen kannst, eben noch mehr zu bekommen, noch mehr zu bekommen, noch mehr zu bekommen und noch mehr zu bekommen. Und ich lade dich ein, das einfach mal andersherum zu machen. Einfach mal zu schauen, was hast du jetzt gerade eigentlich bekommen? Was hast du heute vielleicht empfangen? Kannst du das auch gerne einfach in die Kommentare unten schreiben. Was ist gerade etwas, was du empfangen hast? Empfangen heißt wirklich etwas, das einfach zu dir gekommen ist. Und das kann sein, ein nettes Wort von einem Menschen, also eine wirklich herzliche Art. Und die kannst du nicht kaufen. Du kannst keinen Menschen zwingen, dass er zu dir nett ist. Man kann sich Dienstleistungen einkaufen, aber wirklich, dass jemand so ein herzliches oder sonst irgendwas, das ist eben etwas, das passiert nur auf natürliche Weise oder eben nicht. Oder du hast hier einfach einen neuen Tag empfangen, offensichtlich, sonst würdest du dir das jetzt hier nicht anhören können. Oder irgendein scheinbarer Zufall, der einfach zu dir gekommen ist, wo du dachtest, ah, das ist schön, das ist nett. Und da bist du an der Reihe. Reflektier einfach mal, was du eigentlich empfängst, die ganze Zeit, ohne dafür, dass du irgendetwas tun musst. Und du kannst es dir auch gerne als eine Hausaufgabe machen. Einfach mal jeden Morgen drei Dinge aufschreiben, die du beim letzten Tag empfangen hast. Und wenn du das trainierst, dann sage ich dir, dann hat auch das Leben die Chance, dich um mehr und mehr zu beschenken. Und ganz ehrlich, wir sind wirklich sehr schlecht im Empfang. Wir sind wirklich sehr schlecht im Empfang. Hast du schon mal jemand ein Kompliment gemacht? Und der hat dann einfach so abgewinkt oder sonst irgendwas. Oder konntest du auch merken, er konnte das nicht so richtig annehmen. Also dort in meiner deutschen Wahlheimat, in Hamburg, wenn da jemand anderem einen Gefallen tut. Und man sagt dann Danke, dann ist dann so eine Standardantwort so, dafür nicht. Oder ja, keine Ursache. Und das sind so kleine Indizien, ja, dass wir als Gesellschaft eben große Schwierigkeit haben, das etwas zu empfangen. Und du wirst vielleicht sagen, ja, come on, das ist halt nur so eine kleine Höflichkeitsfroskel. Ich würde aufpassen, ich würde aufpassen. Denn, so wie du die kleinen Dinge machst, das ist auch ein anderes Gesetz, so machst du auch die großen Sachen. Das heißt, wenn du im kleinen, ich meine, ein einfaches Kompliment oder ein einfaches Danke wirklich mal annehmen kannst, das kannst du einfach mal ausprobieren, wie sich das für dich anfühlt. Einfach nur mal als kleines Experiment. Das nächste Mal, wenn dir jemand ein Kompliment macht, ja, oder sonst irgendwas gibt, du sagst einfach nur Danke, ja. Ohne irgendwas gleich zurück sagen zu wollen. Einfach nur Danke. Und die Vision für die Fortgeschrittenen ist dann, wenn ihr hört von eurem Schatze, ich liebe dich, auch einfach nur sagen Danke. Einfach nur Danke. Dein Liebster kommt zu dir, sagt, ich liebe dich, du sagst Danke. Danke, was wird der sagen? So, ey, da stimmt doch was nicht. Ich habe gesagt zu dir, ich liebe dich und dann möchte ich auch von dir auch hören, ich liebe dich. Und das ist dann aber keine Liebe, das ist ein Tauschgeschäft. Deshalb sei da einfach mal achtsam. Vielen Dank, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Und vielleicht bist du jetzt ja auch gerade in einer Zeit, wo du merkst, so ja, mit Empfang und sowas ist alles schön und gut, aber bei mir stimmt gerade alles sowas von nicht. Schon meine Arbeit, meine Berufung, das, was ich jeden Tag mache, stimmt überhaupt gar nicht. Dann lade ich dich ein, eine kostenfreie Beratungssession von mir zu empfangen. Ja, kannst du dich einfach da bewerben auf meiner Webseite. Und da wird es nicht darum gehen, dass ich dir jetzt, so wie das leider viele von meinen Kollegen machen, irgendein Coaching verkaufe, sondern ich werde dir wirklich da mir Zeit nehmen, um dich wirklich zu beraten, was für dich die nächsten Schritte sind oder eben nicht. Und dann entscheidest du, ob wir da weitergehen wollen oder eben nicht. Denn das, wie ich arbeite, so mein Programm, klart für deine Traumberufung, da geht es um so viel mehr als nur Berufung. Das ist quasi mein Herzensweg, mein Herzensprojekt, mein Herzensangelegenheit, also ganz viel Herz steckt da drin, anderen Menschen zu verhelfen, ein wirklich freies Leben zu erschaffen. Und wenn das dich interessiert, das geht drei Monate, ist aber dann mit Open End. Ich gebe dann nämlich meinen Klienten wirklich die Garantie. Und da lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und das weiß ich auch. Die Garantie, dass sie dann in dieser Zeit ihre Traumberufung gefunden haben. Ansonsten machen wir weiter so lange, bis es eben klappt. Ja, weil es ist mir einfach ein unglaubliches, ja, wieder Herzensanliegen, dass all meine Klienten ihr Ziel erreichen. Und vielleicht hörst du das schon zum ersten Mal, das Angebot von mir vielleicht schon ein bisschen länger. Du weißt es selbst, wann es für dich in der Zeit ist, das auch mal in Anspruch zu nehmen. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich sehr fürs Reinschauen und freue mich, dich das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Hier bei meinem Podcast. Let the magic happen. Dein Ferdinand. Dein Ferdinand. Untertitelung des ZDF, 2020